Hallo zusammen und willkommen. Tägliche Bewegung tut gut, so viel steht mal fest. Was du dabei am liebsten magst, ist natürlich dir überlassen. Aber wenn du nach einem Workout suchst, das du überall und jederzeit machen kannst, sind Kniebeuge ideal. Durch Kniebeuge kannst du mit wenig Aufwand großartige Ergebnisse erzielen. Muskelaufbau, Gewichtsverlust und allgemeine Gesundheit sind nur drei der Vorteile, die ein regelmäßiges Training hervorbringen kann. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Mit ein bisschen Übung kannst du diese simple Bewegung sehr leicht lernen und durchführen. Schau dir dazu ein paar Videos zur korrekten Form an oder frage einen Trainer. So stellst du sicher, dass du dich nicht verletzt und es kann losgehen. Grundsätzlich ist es wichtig, die Füße etwas schulterbreit und sich auf dem Boden aufzustellen. Die Knie zeigen in die gleiche Richtung wie die Fußspitzen und das während der gesamten Übung. Es ist wichtig, dass die Kniegelenke nicht nach innen einfallen. Der Oberkörper sollte aufrecht sein, doch die Fersen müssen auf dem Boden bleiben. Eine dünne Handelsscheibe oder ein Brett unter den Fersen können hier Abhilfe schaffen. Je tiefer die Kniebeuge, desto besser. Versuche mindestens 90 Grad zu erreichen. Wenn es auch tiefer geht, halte die Spannung, bis du die Kniebeuge beendet hast. Kniebeuge helfen dir, deine Hüft-, Knie- und Fußgelenke zu stärken. Sie bauen deine Beine- und Rumpfmuskeln auf und sie verbessern deine Gelenkigkeit. Die Beinmuskeln sind ein großer Teil unseres Gesamtmuskelvolumens und wenn du diese trainierst, benötigt das viel Energie und hilft dann bei der Fettverbrennung. Diese einfach erscheinende Übung wirkt sich aber auf den gesamten Körper aus und ist somit eine ideale Basis für deine Fitness. Deine Beine werden stärker, der Po straffer und auch die Bauchmuskeln arbeiten hart, um den Oberkörper aufrecht zu halten. Wenn du zusätzlich noch Gewichte verwendest, kannst du die Menge an verbrannten Kalorien deutlich steigern und auch die Arm und Schultern trainieren. Dies geht zum Beispiel mit Kurz- oder Langkanteln oder einem schweren Haushaltsgegenstand. Es gibt viele verschiedene Variationen der Kniebeuge und jeder hat ihre eigenen Vorteile. Warte mit zusätzlich Gewicht aber besser, bis du etwas fortgeschrittener bist, da die Verletzungsgefahr hier höher ist. Aber auch für die Gesundheit und die Verletzungsvorbeugung haben Kniebeugen unheimliche Vorteile. Wenn man sie richtig macht, sind Kniebeugen eine gute Übung, um Verletzungen vorzubeugen. Sie tragen unter anderem zur Straffung von Wänden und Sehen bei. Dies hilft der Stabilität deiner Gelenke, während du dich bewegst. Zusätzliche Flexibilität, die durch regelmäßige Kniebeugen trainiert wird, kann dich außerdem bei Unfällen schützen. Je stärker deine Muskeln und Sehen sind, desto besser halten sie auch missgeschicke und unvorhergesehene Situationen aus. Für den Anfang reicht es, 20 Kniebeugen am Tag zu machen und sich von dort langsam zu steigern. Auf diese Weise nimmt die Übung nur wenig Zeit in Anspruch und verbessert trotzdem deine Fitness. Denn nicht nur die Muskeln arbeiten hart, auch das Herz ist in vollem Einsatz. Regelmäßige Workouts, auch bei niedriger Intensität, können dir dabei helfen, Herzproblemen vorzubeugen. Sie können deine Herzfrequenz, deinen Blutdruck und deinen Cholesterinspiegel senken und so ihren Beitrag zu einem gesunden Herzen leisten. Sobald du mit dem Training beginnst, wirst du sehen, wie schnell du dich verbesserst und wie gut sich das anfühlt, mehr Kraft im Alltag zu haben. Die täglichen Kniebeugen werden deine Muskeln stärken und deiner Gesundheit zugutekommen. Auch beim Abnehmen helfen sie dir, denn es gibt keine Ausrede, sie nicht zu machen, sodass du immer in Bewegung bleiben kannst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.